guten morgen wir sind jetzt hier gerade am wiesenmähen so wie man sieht jetzt hat mich gerade der drohnenpilot angerufen der die wiesen vorher abgeflogen hat um rehkitze zu retten dass er hier auf der wiese 1 gefunden hat ob ich die nicht gleich vorziehen kann zum mähen und hat mir erklärt wo es liegt schauen wir doch mal dass man es wieder frei lassen da oben sehe ich schon was so das ist die Box natürlich das nicht anzulangen das ist die Mutter wieder annimmt logischerweise noch ein kleines jetzt nehme ich die Box wieder mit lasse es in Ruhe und dann fängt es jetzt ja oder hat die ganze Zeit schon geschrien dass die Mutter es wieder findet und dann können sie sich jetzt austoben ja Hallo! Untertitelung des ZDF, 2020